So, da steht er, der kleine süße Renault Zoe und nascht genüsslich an der 230 Volt Schuko-Steckdose. Das geht bei Ihnen zu Hause auch, egal ob in der Garage oder im Carport. Gut, es ist jetzt nicht ganz so schnell wie an der CCS-Ladesäule, aber ich sag mal so, für einen kurzen Ausflug zum Bäcker oder den Wochenendeinkauf reicht es allemal. Den Zündschlüssel habe ich einfach nur einstecken. Und wenn wir uns jetzt in Richtung Auto bewegen, begrüßt uns der Zoe gleich dreimal. Zum einen, wenn wir uns Richtung Fahrertür bewegen, schaltet er ganz sanft und schüchtern das Licht ein. Gehen wir dann noch näher ran, öffnet sich das Fahrzeug. Und wenn ich jetzt die Tür öffne, stimmt das Orchester ein. Herrlich, oder? Da fühlt man sich gleich richtig zu Hause. Und das liegt nicht nur an diesem Willkommensgruß, es liegt vor allem auch an Ausstattung, Materialien und Komfort. Und welche Ausstattungen das sind, das klären wir morgen.